Moinsen Bro und Brosinen, schön, dass ihr eingeschaltet habt wieder beim Kapitel 2 meines FIFA Radio Talks. Ich habe im ersten Kapitel erklärt, warum ich hier keine Bilder zeige, warum ich hier nur rede und talke und die aber Hammer, Hammer geile News rausknallen kann. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, die Zuschauer, die eh meine Videos immer angucken, damit zu belästigen, wieder alles neu zu erklären. Deswegen bitte klick unter Infokasten oder so mal erst dieses Kapitel 1 an, hör dir das an. Auch da sind richtig spannende, geile News schon drin zum Thema neuen Karrieremodus. Das heißt neu nicht, sondern neue Funktionen kannst du dir reinziehen, musst einfach nur zuhören und du bist voll auf dem Laufenden. Ich erzähle da keine Fake News, sondern es sind offizielle Bilder und ich habe sie auch unter die Videobeschreibung, also nicht Videobeschreibung, sondern ein angepinntes Kommentar, habe ich die Bilder reingeknallt, weil ich sie nicht zeigen darf. Aus rechtlichen Gründen aber, wenn ich halt nur Links reinposte von irgendwelchen Leuten, die es veröffentlichen, habe ich nicht die Verantwortung zu tragen. Dass ich offen darüber rede, das kann mir keiner verbieten, deswegen erzähle ich da jetzt ein bisschen und ich rate dir, wenn du neu dabei bist und noch nicht wusstest, was jetzt hier FIFA Radio Talk ist, es ist ein One-Take, den ich aufnehme, zwei, drei, äh, 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 schneide ich natürlich raus und du kannst dich einfach auf die Couch legen oder da hinlegen oder joggen gehen oder sonst irgendwas, musst nichts machen, musst kein Bild gucken, kannst einfach wie ein Hörspiel zuhören und bist auf dem Laufenden. Wenn die News offiziell EA rausgeknallt hat und das wären sie in den nächsten zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, gibt es natürlich ein richtiges Video mit tollen Bildern und so, wir analysieren das, ihr kriegt alles früh genug mit, macht euch da keine Sorgen, es ist nicht so, dass ihr nie was erfahren werdet oder sonst irgendwas, nur weil ich nicht die Leak-Bilder mache, es wird kommen, es wird laufen, macht euch da keine Sorgen, ja, ich bin nur dabei, so ein bisschen euch etwas näher zu informieren. Ich habe natürlich die vielen Leak-Bilder gesehen und muss sagen, ah, ich würde so gern ein Video machen, aber warum das nicht geht, das habe ich im ersten Kapitel erklärt und das ist, glaube ich, bei allen Vernünftigen und ich habe fast nur vernünftige Zuschauer, glaube ich, verständnisvoll, wenn ich das sage. Ich habe im ersten Kapitel, um ganz kurz aufzufrischen, die ersten Punkte angesprochen, was neu ist im Karrieremodus, da ist schon richtig geile Sache, neue Art von Moral, es gibt jetzt einen besseren Squad-Hub und so weiter mit Informationen über die Spieler und jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel, ich habe es am Ende schon erklärt vom ersten Kapitel, hier im zweiten Kapitel geht es jetzt darum, dass die Transfersituation überarbeitet wurde in FIFA 18 im Karrieremodus und sie wird dich definitiv weghauen. Es gibt ein kleines Video, das durchs Netz geht und anscheinend EA auch nicht mehr schafft, irgendwie zu löschen, deswegen, ich habe da mal von Facebook eins unten rein gepostet, wenn es gelöscht ist, schreibt rein, dann kann ich vielleicht einen neuen Link finden, ich selbst werde hier das nicht veröffentlichen in einem YouTube-Video, das habe ich, wie gesagt, im ersten Kapitel erklärt und möchte ich nochmal erklären und da geht es darum, dass EA endlich mal was richtig Geiles eingebaut hat. Es kann sein, dass es nämlich, meiner Meinung nach, schwieriger wird, Spieler zu holen und das wird göttlich, denn jeder, der meine Livestream-Karriere mit dem 1. FC Kaiserslautern verfolgt hat, ist, ich habe zum Abschluss dieser Serie, ja, weil wir noch eine Rückrunde spielen, dann 4 für 17 vorbei ist, habe ich ein bisschen Geld gescheatet und so weiter und habe dann Neymar gekauft, Rodríguez und Martial und das macht so einen Riesenspaß, aber auch vorher schon, ohne zu sheeten, habe ich es einfach, ohne irgendwie große Probleme es geschafft, einen Süle zu holen, einen Pastore zu holen, einen Weigel hatte ich dann dabei, einen Pulisic hatte ich, einen Dolberg hatte ich, einen Ben Theke, einen Timo Werner, das war nie schwierig, die zu holen und wenn man jetzt einfach mal vom Prestige ausgeht, also von diesem Thema, wie der Kaiserslautern eigentlich zur Zeit in der Presse liegt, in sportlicher Leistung liegt, dann würden so Spieler, egal wie viel Geld der Verein hätte, niemals da hin wechseln, das ist nun mal so, das ist das, was wir immer im Chat auch diskutieren, das ist ja unreal und so weiter, ich glaube, zu FIFA 18 wird das schwieriger, wenn ich mit meiner Karriere wieder live anfange, am 26. September 2017, mit einem Drittligisten, es wird jetzt schwieriger, es wird jetzt geiler, denn jetzt gibt es auch was richtig cooles, nämlich im Karrieremodus. Haben sie jetzt was gemacht? Erstmal, ganz wichtiger Punkt, den ich sagen möchte, es gibt endlich Ausstiegsklauseln, also auch da wird jetzt verhandelt und um ein bisschen jetzt hier in meinem Hörspiel, muss ich ja ein bisschen auch dir ein Bild beschreiben, also ich kann ja nicht einfach nur reden, weil du siehst ja hier in diesem Video nichts, ich muss es ja so ein bisschen beschreiben und alle, ich hoffe, dass alle, die hier zuschauen, haben schon mal den Story-Modus gespielt, weil das würde mir jetzt ein bisschen helfen, die Beschreibung, wie das da ist, ein bisschen besser zu erläutern und zwar EA, und das finde ich richtig klasse von denen, Lob an euch, das haben einfach Sequenzen von The Journey Teil 1, also von FIFA 17, übernommen, etwas korrigiert, etwas angepasst, verändert und jetzt gibt es bei Pressekonferenzen, glaube ich, gibt es jetzt noch nicht so viele eindeutige Bilder, dass ich es offiziell bestätigen kann, aber bei Transfersverhandlungen gibt es jetzt Videos, wo du im Karrieremodus mit anderen Trainern, wie zum Beispiel Jürgen Klopp sitzt dann bei dir im Büro auf der Couch und redest mit Jürgen Klopp, einen Hinweis gibt es schon mal, den ich gesehen habe bei Leak-Videos, man muss Text lesen, da gibt es wahrscheinlich keine Stimmen, die man hört, genau kann ich das noch nicht sagen, also Jürgen Klopps Stimme ist nicht rein synchronisiert oder so, man hört, also man sieht nur Mundbewegungen und man muss Text lesen, das ist aber auch nachvollziehbar, wie soll das sonst funktionieren, man kann doch nicht jeden Trainer alle Sätze rein synchronisieren lassen, also vielleicht haben sie es ja auch gemacht, vielleicht ist es bei der Beta noch nicht drin, das kann ich jetzt nicht sagen, aber so ist mein erster Eindruck, und das Geniale ist, wenn man jetzt hier, wenn das Video noch unten anzuklicken ist, ich erkläre es mal, wir sind jetzt hier unter Mails, unter E-Mails und da gibt es jetzt die Möglichkeit eben mit Liverpool, ist man dort jetzt hier Trainer, gibt es jetzt ein Angebot an Henderson, Henderson kennen wir ja von Liverpool, 25,5 Millionen Euro bietet AC Milan, um ihn zu holen, dann klickt man jetzt nämlich auf To Transfer Hub, also so heißt es im Englischen und wenn ihr das dann da drauf klickt, dann kommt man in ein neues Modus, in ein neues Transfers-Modus, wo man dann zum Beispiel, man sieht dann links eben die typischen Sachen, akzeptieren, Gegenangebot, ablehnen, unbezahlbar und so weiter und rechts sieht man dann davon, ja, AC Milan hat dieses Angebot gemacht, 25 nicht Euro, sondern Pfund, 25 Millionen, 5 Pfund, dann sieht man rechts nochmal die Eigenschaften von Henderson, er hat eine Stärke von 82, man sieht bestimmte Vertragseigenschaften, wie alt ist er, welche Position hat er und ganz rechts, habe ich schon im ersten Kapitel erzählt, gibt es jetzt immer wie bei Pro Clubs, siehst du den Spieler komplett, den ganzen Körper, alles im Trikot, steht dann da, du kannst ihn dir nochmal angucken, richtig geil, besonders wenn du Neuverpflichtungen gemacht hast, richtig geil, die immer da auch zu sehen, nicht nur auf dem Platz, sondern auch jetzt im Menü, das ist eine richtig coole Sache, ja, und er sagt jetzt hier in diesem Video, das ich jetzt hier gerade mir anschaue, um dir es zu erzählen, er sagt, ich möchte nicht akzeptieren dieses Angebot, ich möchte es aber auch nicht ablehnen, ich möchte ein Gegenangebot machen und dann klickt er dieses Gegenangebot an und plötzlich, was passiert? Schwarzes Bild, hä? Was ist denn jetzt? Und zwar, das Spiel lädt eine richtig geile Sequenz, eine Sequenz, wo jetzt der Trainer, den du ausgewählt hast, oh, das ist ein wichtiger Faktor, den ich im ersten Kapitel vergessen habe, zu erwähnen, hier auf meinem, ihr hört das, Zettel, und zwar, eine enttäuschende Sache gibt es schon mal, es gibt keinen, bisher keine neuen Trainer, die neu aussehen, es gibt auch keinen Editor, also, Editor ist damit gemeint, in PES zum Beispiel kann man selber seine Trainer selbst gestalten, ja, also wie bei Pro Clubs, wo du dann eigenen Spieler erstellen kannst, kannst dann sagen, ja, so soll die Wange geformt sein, so soll die Augen geformt sein, solche Haare, so ein Editor gibt es im PES zum Beispiel auch für Trainer, das fehlt einfach intensiv in FIFA 17 und das scheint auch in FIFA 18 zu fehlen, da gibt es wieder nur die gleichen Trainer wie in FIFA 17, vielleicht gibt es noch zwei, drei mehr neue, so ganz klar, und wie gesagt, dann geht diese Sequenz los, in dieser Sequenz sieht man jetzt den Trainer, wie er von seinem Bürostuhl aufsteht, man sieht im Hintergrund Liverpool-Trikots Nummer 32, das Wappen, man sieht draußen Trainingsgelände aus dem Fenster, gucken und so weiter, und der steht auf und dann kommt hier ein Fake-Trainer von Azimilan an und die schütteln sich die Hand, ich erzähle das euch, es ist kein Fake, die schütteln sich hier die Hand und vielleicht habt ihr es unten sogar noch gesehen, wenn nicht, müsst ihr euch ein bisschen beeilen und die reden dann auf Englisch, Bones ist dann wahrscheinlich übersetzt, logischerweise auf Deutsch und die reden natürlich dann über diesen Transferpunkt, ja, man sieht aber schon in den Bewegungen, dass, wenn man den Text liest, sie schütteln nur Kopf, es sind keine Mundbewegungen dabei, das heißt, wie ich schon vorhin erwähnt habe, es wird keine Stimmen geben, es ist ein bisschen unreal, aber es ist auch irgendwie nachvollziehbar, und da muss man auch ein bisschen EA schon und sagen, Leute, wenn ihr jetzt euch aufregt, dass die nicht richtig reden, ich bitte euch, allein, dass sie das jetzt mal eingebaut haben, und ich meine, guckt mal, wie kompakt, also, nein, nicht kompakt, sondern wie vielfältig das Spiel ist, wie viele Trainer, wie viele Vereine es gibt, stellen wir vor, ihr müsst von jedem die Stimme einspielen, das geht doch gar nicht, deswegen ist es völlig in Ordnung, dass die nur Kopfbewegungen machen, sich angrinsen oder was auch immer und man muss unten den Text lesen, das finde ich völlig in Ordnung, die gehen dann auf die Couch und setzen sich dann dahin, das ist richtig cool, das kann natürlich auf Dauer auch ein bisschen nervig werden, weil wahrscheinlich sehr, sehr oft die gleiche Sequenz sein wird, das muss man auch mal sagen, es kann sein, dass dann sehr oft die gleiche Sequenz zu sehen ist, jedenfalls, wenn die sich hingesetzt haben, wird dann der Trainer eingeblendet, den du ausgewählt hast, also den du spielst, ja, und dann wird links ein Pop-Up aufgemacht, wo dann da Henderson wieder zu sehen ist, wieder mit 19 Millionen Marktwert, also 19 Millionen Pfund Marktwert, Stärke 82, er ist Defensivspieler, er ist 23 Jahre alt und AC Milan bietet gerade in diesem Gespräch 25,5 Millionen Pfund an und jetzt gibt es nämlich wie bei The Journey Antwortmöglichkeiten, richtig cool, einmal, ja, ich bin damit zufrieden, ich akzeptiere dieses Angebot, einmal, nein, wir müssen nochmal neu darüber reden oder wir möchten eine gewisse Ausstiegsklausel verhandeln, da gibt es drei Möglichkeiten und in Zukunft wird es auch bestimmt andere Möglichkeiten geben und dann kannst du auswählen, der hier, der das Video gemacht hat, hat jetzt, äh, ich möchte eine Ausstiegsklausel gerne mit euch besprechen, ausgewählt und dann passiert nämlich was ganz interessantes und zwar geht dann ein Pop-Up-Fenster ein neues auf, wo du sagen kannst, wie viel Prozent willst du denn in dieser Ausstiegsklausel haben, wie viel Prozent soll gemacht werden, wie das dann genau, auf was sich das basiert und wie das gemeint ist, das müssen wir doch nochmal sehen, grundsätzlich ist das so gemeint, gehe ich mal stark von aus, dass wenn, ähm, wenn Handelsen wieder von Azimilan verkauft wird, dass du davon so und so viele Prozentsätze bekommst oder sonst irgend so ein Schnickschnack, also da gibt es dann also noch Verhandlungsmöglichkeiten, was richtig cool gemacht ist und da kannst du bis zu, ja, so 20, 25 Prozent kannst du, glaube ich, maximal auswählen. Dann kommt ein nächstes Pop-Up, wo du dann noch mehr machen kannst, du kannst dann nochmal edit, dein, also editiere deine Ausstiegsklausel-Idee, dann kannst du nochmal Angebot annehmen oder remove, also entferne die Ausstiegsklausel-Idee und so weiter und so fort, da kannst du dann mit dem linken Analog-Stick dir wieder eine Antwortmöglichkeit aussuchen, richtig cool. Er hat jetzt diesen Prozentsatz ausgewählt und sagt, ich nehme das jetzt an, dieses Angebot, es ist jetzt okay, also er schreibt, also ich sehe es hier auf Englisch, okay, das ist fair, äh, der Deal ist durch, äh, wir haben, ähm, kannst du da nicht sehen, ist so unscharf irgendwie, 14 Prozent haben sie noch entschieden zum Thema Ausstiegsklausel für Henderson, sagt er jetzt hier, ja, und dann geht es noch ein bisschen weiter, also, jetzt sind Mundbewegungen auch zu sehen, also da scheint auch was zu sein, wie schön, also vielleicht sagen die dann doch noch was, ich gucke mal, ob man was hört, warte mal, vielleicht hört ihr das auch, ne, ist ohne Ton, so. Also, und er redet noch mit dem Trainer und das Ding ist, hier ist jetzt ja ein Fake-Trainer bei, ähm, AC Milan, aber wenn du dann zum Beispiel in der Premier League zockst oder mit Bayern irgendwie sagst, ich möchte Emre Canha holen oder Coutinho, dann sitzt da wirklich Jürgen Klopp. Eins sehen wir hier schon mal, was natürlich eine enttäuschende Nachricht ist und zwar, wir spielen hier Liverpool und wir sind ein Fake-Trainer. Was bedeutet das? Man, ein Wunsch hat EA nicht drauf reagiert, man kann nicht selber Jürgen Klopp spielen, wieder im Karrieremodus, wo es natürlich jetzt hier unter den Kommentaren bestimmt wieder so Buh-Buh gibt, äh, denn viele haben sich gewünscht, dass wenn man Liverpool im Karrieremodus spielt, einfach nicht irgendeinen blöden Trainer sich aussucht, sondern man kann Jürgen Klopp spielen. Das scheint wieder nicht der Fall zu sein, was ich ein bisschen schade finde. So, wird auch hier jetzt mündlich vom Milans Trainer oder Manager, äh, ähm, gesagt, okay, das ist fein, der Deal geht jetzt durch. Und das ist halt eine coole Sache. Die gehen jetzt halt wieder raus, die Sequenz ist zu Ende, du kommst wieder ins Menü und dann siehst du, akzeptierter Deal. Was aber cool ist, was ich auch schon gesehen habe, so ein bisschen, ist nämlich, Leute, dass das nur eine Sequenz ist zum Thema Verhandeln eines verkauften Spielers oder eines Spielers, den verkauft. Jetzt gibt's aber noch andere richtig geile Sequenzen, die dich noch mehr fetzen werden. Und zwar, wenn du jetzt einen Spieler kaufst. Hier zum Beispiel habe ich jetzt ein Bild offen, wo Manchester United Matic von Chelsea kaufen will. So, und wenn du jetzt einen Vertragsdeal mit dem machst, gibt's jetzt nicht einfach nur, ich muss zwei, drei Sachen da ausdealen. Nein, sondern es gibt wieder eine Sequenz. Habe ich schon gesehen, von Matic, von Dybala, von Renato Sanchez, von Neymar. Also alle kommen dann in diesen Raum mit einem schönen Anzug oder mit einem Sportanzug. Die haben wirklich nochmal das alles gemoddelt. Also wirklich, das hat alles EA gemacht. Kommen dann hier rein, setzen sich mit ihrem Trainer, ihrem Manager oder ihren Agenten da vor den Trainer, den du zockst. Und dann wird nochmal verhandelt, was kriegt denn jetzt dieser Matic hier von Manchester United? Was für ein Gehalt bekommt er? Was für einen Bonus bekommt er? Und sowas. Und dann wird er auch wieder in dieser Sequenz, wie bei The Journey, verhandelt. Da habe ich jetzt mit Matic offen gehabt. Hier habe ich jetzt zum Beispiel noch ein Beispiel, wo Manchester City Renato Sanchez haben will. Ja, dann heißt das hier irgendwie, wie die dann darüber reden, was für eine Rolle soll er im Kader spielen. Sporadisch steht jetzt hier 56.000 Pfund. Also das, finde ich, ist richtig eine geile, schöne Sache. Ich habe auch hier noch ein Bild, wo man es zum Beispiel Jürgen Klopp sieht. Richtig geil gemacht, wo der eben verhandelt mit einem über einen Spieler. Ich weiß nicht, über wen. Über Coutinho geht es hier. Ja, 91,7 Millionen Pfund oder Euro steht hier im Text. Ich weiß nicht, mit wem er da verhandelt, der Jürgen Klopp, aber das geht auch. Dann habe ich zum Beispiel ein Bild entdeckt. Da ist mein lieber Uwe Holm. Also er sieht genau aus wie mein Uwe Holm vom FC Kaiserslautern. Der diskutiert gerade als Manchester United Zocker über Barcelona, ob wir für 120 Millionen Pfund Neymar holen. Auch da gibt es eine tolle Sequenz und vieles mehr. Also das ist ziemlich cool, aber das ist noch nicht alles, was ich dir jetzt hier erzähle, wo du richtig sagst, wie geil ist diese Geschichte denn bitte. Denn ich habe es schon im ersten Kapitel und auch hier im zweiten Kapitel werde ich es jetzt erzählen, Leute. Und zwar, es gibt auch neue PKs beziehungsweise neue Breaking News, also neue News. Und zwar habe ich in einem Video gefunden, das ich leider nicht euch zeigen kann, auch nicht verlinken kann, dass es ein Bild gibt in der Pressekonferenz. Das ist richtig geiler Shit, sage ich euch. Und zwar, nicht Pressekonferenz, Entschuldigung, sondern eine News. Und zwar ist das dann, du hast das Menü, okay. Und du kennst das ja, wenn du im Zentrum bist, also zentral, in dieser Menüabteilung hast du dann rechts oben die News. Und da steht jetzt Breaking News. Leicester City holt sich Juanfran für 15,5 Millionen. Und das Geile ist, dass es ein animiertes Bild gibt von einer Anzeige. Also von einem, kennt ihr das, in Amerika gibt es das ganz oft, so Stadionriesenanzeigen, so, wo die Spieler drauf sind. Und dann so irgendwie ein richtig cooles Bild machen, so ein Wallpaper mäßig, ein Screenshot. Also eine richtige Stadionanzeige, wo Leuchten drauf gehen. Und ja, wie so ein Werbebanner. Und da sieht man zum Beispiel in einem Beispiel, dass die Bayern haben De Krier geholt, ja, von Manchester United. Und dann sieht man in diesem Banner, im Vordergrund, De Ria von Manchester United, den Torwart. Rechts sieht man Manuel Neuer, links sieht man Boateng. Und dahinter sieht man Lewandowski. Alle Spieleranimationen auf dieser Stadionanzeige. Und wenn man dann darauf klickt, dann kommt eben ein Text. Ja, die Bayern haben jetzt offiziell auf ihrer Webseite bekannt gegeben, dass sie David De Ria geholt haben von Manchester United für 73,7 Millionen Pfund, der 26-Jährige, bla bla bla. Aber dieses Bild ist einfach sowas von geil gemacht. Kein echtes Bild oder irgendwie sonst wirklich, sondern ein animiertes, also sein animiertes Gesicht ist da drin. Und wenn du überlegst, das geht dann mit jedem Spieler, den du so kaufst, ist das eine ziemlich geile Geschichte. Ein anderer Punkt ist, wo man ein Leak-Bild entdeckt hat, dass man in diesem News-Abteilung, wo ich gerade erzählt habe, rechts oben, dass es sogar Pressekonferenzen gibt. Ob es die gibt, weiß ich nicht. Jedenfalls hier gibt es ein Fake-Bild, oder ein animiertes Bild, wo der Trainer, den du spielst, auf der linken Seite ist. Dann Barry Douglas ist verpflichtet worden von Worthampton. Und er steht in einem Anzug neben dem Trainer, den du zockst. Und er hält das Trikot von Worthampton in der Hand, wie wir es auch in echt kennen. Und er hat den Namen Douglas auf dem Trikot, die Trikot Nummer 3. Im Hintergrund sieht man EA-Logo und das Worthampton-Logo. Und vorne gibt es eben zwei Stühle, eine richtige Pressekonferenz, wie du es halt kennst, mit Werbung, mit Mikros und so weiter auf dem Tisch. Und dann sieht man schattierte Presseleute. Richtig geiles Bild. Vielleicht konntest du es unten noch sehen. Vielleicht wurde es schon gesperrt. Ich kann es nicht sagen. Richtig geile Sache. Die Frage ist jetzt noch offen, die ich nicht beantworten kann, ob das nur ein Bild ist, das einfach immer neu gerendert wird, wenn man Spieler verpflichtet. Oder ob es sogar wirklich eine PK gab, wo du Fragen beantworten kannst. Denn wir alle wünschen uns ja bessere PKs. Was auch von The Journey übernommen wurde, was richtig toll ist. Bisher habe ich es aber nur bei der Premier League und nur bei der La Liga gesehen. Ich hoffe, es gibt es auch bei der Bundesliga. Und zwar Spieler des Monats Auszeichnungen. Spieler des Monats Auszeichnungen. Und die laufen so ab, dass, ihr kennt das doch von The Journey, wenn ein Spiel gelaufen ist und Alex Hunter kriegt ein Interview. Dann ist er mal in so einem komischen Quadrateckchen. Im Hintergrund gibt es dann das Logo vom Verein, FIFA 17 und so weiter. Und dann gibt er da Interviewantworten von dieser Dame. Und diese Animation hat man jetzt im Karrieremodus übernommen. Ja, wo man den Spieler, zum Beispiel jetzt in meinem Beispiel, was ich hier sehe, Ronaldo sieht. Der ist Spieler des Monats geworden und hält diese Auszeichnung in der Hand. Und ich weiß nicht, was da noch mehr passiert. Aber da hat man einfach von The Journey das übernommen. Und das finde ich einfach eine richtig, richtig tolle Sache, dass man das übernommen hat. Und das andere oder einer der letzten Punkte für heute, wo ich sagen muss, richtig geile Sache ist, es gibt wohl einen WM-Modus im Karrieremodus und an sich überhaupt im Spiel. Und zwar steht nämlich hier England win, also gewinnt the FIFA World Cup TM. Und TM ist ja eingetragene Marke. Das heißt, der FIFA World Cup ist in FIFA 18 mit drin. Also die WM ist offiziell dabei, wer sich die Frage stellt. Und das ist noch nicht alles, was dich halten wird. Man sieht hier wieder, wie ich gerade schon erwähnt habe, so eine Pressekonferenz. Zum Beispiel, oben in dem Bild sieht man, dass Italien gewonnen hat. Links sieht man den Trainer, den wir spielen. Rechts sieht man Harry Kane in einem Anzug in dieser Pressekonferenz. Und in der Mitte steht der echte Original-WM-Pokal, den man gewonnen hat. Unten im Bild, vielleicht könnt ihr es auch sehen in dem angepinnten Kommentar, vielleicht ist es auch schon gelöscht worden, ich weiß es nicht. Unten im Bild sieht man, dass Italien gewonnen hat. Ich glaube, das ist Chiellini oder Bonucci, der da sitzt, neben dem Trainer, den du zockst. Man sieht das italienische Wappen, man sieht die E-Wappen und den echten WM-Pokal. Das ist jetzt im Karrieremodus, aber wenn der FIFA World Cup im Karrieremodus ist, können wir auch davon ausgehen, dass man ihn auch separat spielen kann. Und ich glaube, das ist eine Nachricht, die euch alle fetzen wird. Und ich freue mich schon drauf, mal ein richtiges News-Video rauszuhauen. Also nicht hier diese FIFA-Radio-Talks, sondern ein richtiges News-Video rauszuhauen, wo auch EA es mir sozusagen Anführungszeichen erlaubt, es euch richtig zu zeigen. Ich bin mir aber ganz sicher, spätestens zur Gamescom am 23. August ist das, glaube ich, an dem Tag werde ich ein Video raushauen, werde ich mehrere Videos raushauen. Die werden nicht so professionell, aber rackzack, wenn dann EA wahrscheinlich das offiziell rausgegeben hat. Zum letzten Punkt noch so ein bisschen, was auch so ein bisschen geleakte Bilder sind, sind Leute, ganz ehrlich, es gibt haufenweise, ich bin Fan davon, viele haben schon geschrieben, ich klicke eh mal diese Sequenzen weg. Es gibt haufenweise coole Fan-Sequenzen in FIFA 18. Richtig cool. Ich habe jetzt hier ein Bild offen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches Stadion das ist, aber da sieht man wirklich in einem richtig coolen Winkel das Stadion, der Torwart, der da lang latscht. Wahrscheinlich auf der anderen Seite wird gerade gejubelt, weil die Fans sehen aus, als würden sie jubeln. Dann gibt es ein anderes Bild von England, wie man wieder sieht, die ganzen Fans von, ich glaube, das ist West Bromwich, wo man hier sieht, die dann jubeln. Tolle Pulli, tolle drei Animationen. Also, ganz ehrlich, da hat sich EA endlich mal übertroffen, was die Fans angeht und ich freue mich schon selber, das anzocken zu dürfen. Das muss ich mal sagen, ich freue mich da extrem, das selbst anzocken zu dürfen. Jetzt habe ich bei dieser Aufnahme die ganze Zeit gesagt, ich mache es ja gechillt, ich habe voll hier gar nicht gechillt gemacht, mein Kaffee ist kalt geworden. Aber was soll's? Ähm, ja. Und noch mehr, was auch eine tolle Einblendung ist, Leute, ist, dass anscheinend, mal gucken, wie viel die Minute wird hier nicht gezeigt, verdammt. Und, weil, hier gibt es ein Bild, wo die Fans gezeigt werden und unten links wird eingetragen, äh, wer gewechselt wird oder wer die Tore gemacht hat. Da steht hier Achter, Mata, dann, äh, Lindolf, äh, Lindelöf, so rum, dann Rashford. Ich weiß nicht, ob das Wechsel sind oder ob das die Torschützen sind, obwohl steht da oben ja 2-0, dann können es nicht 3-0, drei Torschützen sein. Irgendwas wird hier tolles, neues eingeblendet. Also, EA hat sich wirklich, auch für den Karrieremodus und so an sich, mit den Overlays, sich tolle Sachen überlegt. Also, Sequenzen mit den Fans gibt's hier wirklich erstaunlich vieles Neues, darüber kann man sich freuen. Ein weiteres Diskussionsthema ist ein Bild, das veröffentlicht wurde, wo gesagt wurde, hey, Foodtraft kostet nur noch 7.500 Coins und nicht 15.000 Coins. Auch die Packs sind günstiger bei der Beta, aber da muss ich eine Sache sagen, für alle, die da gehypt sind, sagen, ja, geil, es ist billiger. Aber meiner Meinung nach, meinen Informationen nach, sind in der Beta immer schon so gewesen, dass die Coins, die Sachen, 50% billiger waren, weil es eine Beta ist. Deswegen, 7.500 Coins mal 2 sind 15.000. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, in der Vollversion sind die Preise alle wieder gleich. Das normale Premium Pack Opening kostet wieder 7.500 Coins, Foodtraft wieder 15.000 Coins, aber immerhin kann man schon mal sagen, dass Foodtraft wieder gibt. Ja, falls ihr die Frage noch offen hattet. Wenn ich jetzt irgendetwas noch nicht erzählt habe, du aber entdeckt hast, dann kannst du das gerne mal kommentieren und eine Quelle bitte dazu packen. Nicht einfach nur sagen, ja, ich habe noch das und das gesehen, immer eine Quelle dazu packen. Schau dir Kapitel 1 auf jeden Fall an. Und wenn dir so ein FIFA Radio Talk auch mal gefällt, wo du sagst, ach, da kann ich abends entspannen und bin auf dem neuesten Stand oder irgendwie drüber reden, kannst du auch gerne mal unter die Kommentare schreiben, was für Themen wir da mal diskutieren sollen können. Vielleicht kann ich auch mal zwei, drei Leute, die ein gutes Mikro haben, auch mal einladen und diskutieren einfach eine Runde, reden ein bisschen FIFA Radio Talk. Ich persönlich würde auch gerne mal ein paar negative Sachen ansprechen, aber da würde das Video wieder ewig lang gehen. Ich sage, ich mache ein Hörspiel raus, mache mehrere Kapitels, wo wir einfach mal intensiv über das Gameplay FIFA 17 reden. Und ich habe es schon im ersten Kapitel erwähnt, ich bin nicht überzeugt vom Gameplay FIFA 18, zumindest was den ersten Eindruck angeht, glaube ich, wird es noch schlimmer als in FIFA 17. Und in FIFA 17 habe ich persönlich schon sehr, sehr merkwürdige Momente erleben müssen. Ich bin kein schlechter Spieler, ich bin auch nicht der beste Spieler, aber es gibt so Phasen, wo ich mich wirklich frage, das ist ja mal mega Arcade-lastiges Gameplay und hat nichts mit Realismus zu tun. Also, da müssen wir mal offen und sachlich drüber reden. Wenn du dazu Lust hast, so Kapiteln bis maximal 30 Minuten mal erleben zu dürfen, Bock drauf hast, dann schreib das mal in die Kommentare, lass einen Daumen, das würde mich interessieren. Ansonsten war es das auch mit dieser Serie FIFA Radio Talk hier schon. Würde ich nur wieder machen, wenn noch irgendwas Krasses veröffentlicht wird, was ich nicht zeigen darf, aber eben mündlich ein bisschen drüber reden darf. Ja, das kannst du mal drüber schreiben, wie du das jetzt hier fandest, ob du die Informationen hilfreich fandest, ob dir das alles zu schnell ging, ob ich das zu schlecht beschrieben habe oder zu gut beschrieben habe. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir da ein bisschen Feedback geben würdest, weil ich versuche ja auch immer, euch neu zu begeistern, neue Formate zu entwickeln. Und Input von euch ist einfach, Support von euch ist einfach mega wichtig. Das Wichtigste von allen überhaupt. Ja, deswegen wäre das einfach interessant. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte euch begeistern. Ich gebe mir Mühe, schnellstmöglich, wann ich darf, dann natürlich ein richtiges FIFA News Video zu machen, wo ich euch alles nochmal bildlich zeige. Ich glaube, dann werdet ihr euch drüber freuen. Das wird es definitiv geben. Ich kann doch nicht sagen, wann. Spätestens zur Gamescom, denke ich, wird es was geben. Und dann verabschiede ich mich jetzt hier. Bis dann. Tschüss!